Hallo und willkommen, wir sind zurück, die 34. Folge der Admiralsportshow. Es geht dahin mit unseren Folgen und man muss vorneweg der von vielen gescholtenen FIFA ein Kompliment aussprechen, dass sie die Spiele so ansetzt, dass man perfekt Zeit hat, um jetzt die Admiralsportshow zu verfolgen. Wir begrüßen bei uns Georg Pangl. Hallo. Hi. Hallo. Hallo Georg, schön, dass du da bist. Wenn du so zurückblickst, warst du vielleicht so ein Moment, wo du sagst, boah, da denke ich so gerne noch zurückbekomme ich vielleicht noch Gänsehaut. Da gibt es einige Momente, um ganz ehrlich zu sein, aber wenn man dann so ein Champions-League-Finale, wie das 2003 in Old Trafford war, wenn das dann so zu Ende geht, dass alles passt und ich habe nicht einmal das Elfmeterschissen mitbekommen, weil du mit zwei Funkgeräten da wie ferngesteuert herumläufst und dann kommt man endlich zum Nachdenken und zum Sacken, dann denkt man sich, ein Champions-League-Finale als Projektmanager problemlos und man sieht ja, wie das jetzt in Paris war im letzten Jahr oder heuer so zu veranstalten, es ist dann schon ein tolles Team natürlich und da spielen so viele Zahnräder in sich hinein, aber da ist man dann schon ein bisschen, ist man schon demütig und dankbar, dass das dann so gelaufen ist. Christian Tesarek schreibt, auch echt interessanter beziehungsweise toller Lebensweg. Der hat dich ja auch zum, dieser Lebensweg zum Champions-League-Finale 1990 geführt in Wien. Damals warst du als Dubel von Silvio Berlusconi unterwegs, habe ich gelesen. Was hat es denn damit auf sich? Auch eine eigene Geschichte. Ich war damals eben zuständig für die Gäste und beim Champions-League-Finale war ich eingeteilt für den AC Milan, als sogenannter Liation Officer, also Verbindungsoffizier, ÖFB, UEFA, AC Milan und ich hatte auch einen Dolmetscher, den Gerhard Busenlechner. Und dann auf einmal hat die Polizei gesagt, ja, wir haben jetzt für den damaligen Ministerpräsidenten und Besitzer des AC Milan, denn für den Herrn Berlusconi haben wir jetzt ganz was Besonderes uns ausgedacht. Beim Hintereingang wartet eine Limousine für den Herrn Berlusconi, aber die, die vorne steht, die war dann so abgedeckt, dass man uns nicht gesehen hat, dann brauchen wir jetzt zwei Dummies. Also Georg und Gerhard, ihr beide spielt jetzt das Dubel von Berlusconi und es waren dann abgedunkelte Scheiben und so weiter. Aber was noch interessant ist, wir sind dann, also Blaulicht, wir mit der Mercedes-Limousine und der Bus, wir sind dann irgendwo gegen den Ring gefahren, aber mit einer halben Geschwindigkeit. Und irgendwo war so eine Situation, dass wir mit der Mercedes-Limousine, da sind wir ein bisschen gesprungen und dann sind wir aufgesessen mit der Bodenplatte. Und das hat so einen fürchterlichen Krach gemacht und vorher hat es geheißen, ja, wenn ein Bombenanschlag ist, dass der Herr Berlusconi nicht zu Schaden kommt, sondern eh nur wir, nicht? Und wie der Kracher war, haben wir doch, boah, jetzt ist eine Bombe explodiert. Was war für dich das Beste an deinem beruflichen Weg? Dass es immer weitergegangen ist. Es hat alles seine Zeit und nach 16 Jahren ÖFB war die Zeit zu gehen und das dann auch relativ rasch nach zwei Jahren UEFA, weil es immer wieder nur mehr und höher und schneller sein hätte sollen. Also wir haben gehabt auf Schalke, ich glaube 8.000 VIP-Gäste, 2005 in Istanbul hätte man braucht eine Zeltstadt für 16.000 Gäste. Und das war dann immer das Gleiche, quasi nur organisieren, ohne irgendwo Einfluss zu nehmen. Und deswegen hat dann auch zum Beispiel die Bundesliga gepasst, da hat man gestalten können. Wenn man irgendwo zögert, die neue Chance oder die neue Herausforderung zu suchen, dann bleibt man irgendwo stehen. Und vielleicht wäre ich heute noch bei den ÖFB in der Bundesliga, aber das Leben stellt eben verschiedene Herausforderungen. Denen sollte man sich stellen und dann passt es gut. Von außen betrachtet wirkt dein Karriereweg ja so, als ob er steil nach oben geht, ohne den einen oder anderen Tiefschlag. Da passt die Frage von Brucki19 auch gut dazu. Hat es Tiefschläge gegeben? Was waren für dich die bittersten bzw. enttäuschendsten Erfahrungen? Ja, Tiefschläge gibt es immer. Einer zum Beispiel war, und das war mit ein Grund, warum ich die Bundesliga nach zehn Jahren verlassen habe, ich habe sechs Monate lang Bewerbssponsoring verhandelt. Da ging es um 18 Millionen Euro auf sechs Jahre. Und das Minimum garantiert, plus noch mehr. Und ich war echt überzeugt, dass ich das dem Aufsichtsrat präsentiert habe und den Clubs, dass das eine tolle Sache ist. So viel Geld hat die Liga, unabhängig vom TV-Geld, jetzt aus Sponsoring-Erträgen noch nie gesehen. Und dann präsentiere ich das dort und dann sagt man mir seitens des Präsidenten und des Aufsichtsrates, Georg, ja, die zwei Herrschaften sind draußen gesessen und haben gewartet, geh raus und tue noch ein bisschen nachverhandeln. Ich sage, Entschuldigung, Herr Präsident, ich habe sechs Monate inkognito verhandelt. Und ich war 17 Mal in Salzburg, da geht nichts mehr. Na, ein bisschen, was geht immer, geh raus. Und ich sage, Herr Präsident, gegen meinen Wien, jetzt bin ich raus. Ich sage, mein Herr, es tut mir leid, ich entschuldige mich. Ich weiß, ich fahre jetzt nach Hause und das Thema ist gegessen. Aber ich muss euch die Frage stellen, dann bin ich rein und dann habe ich gewusst, dort habe ich nichts mehr zu tun. Wahnsinnig viel, was du schon erlebt hast, auch wenn man dir zuhört. Im Chat schreibt auch jemand einfach so die Art und Weise, wie du erzählst. Also Stalbiner schreibt es einfach super interessant. Das Ganze hast du in deinem Buch niedergeschrieben. Und Stalbiner fragt jetzt auch noch, wie ist dieses Buch entstanden, die Idee und vor allem, wie lange hat das gedauert, der Prozess? Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals ein Buch schreiben werde, ganz ehrlich. Und meine Frau und ich, wir investieren proaktiv in unsere Gesundheit. Wir leben gesund, wir essen gesund, ich gehe ein bisschen Lauf und Yoga und so ein bisschen in der Richtung halt. Und wir leisten uns auch einen Masseur seit vielen Jahren. Und der Manfred, wie er heißt, Manfred Bosch, sagt irgendwann einmal, wenn man so liegt, eine Stunde auf der Massagebank, sagt, Georg, ich kenne mich im Fußball nicht aus, aber du hast mir schon so viele Geschichten erzählt, du müsstest ein Buch schreiben. Und die sagt darauf, sage ich, Manfred, das interessiert doch niemand. Und der sagt dann, selbst wenn du glaubst, dass du kein Buch verkaufen solltest, was ich nicht glaube, hat er am Anfang gesagt, wie man dachte, das kauft keiner, schreib es für dich selber. Und das war dann wirklich der Anstoß, wo ich gesagt habe, vier große Stöße an alten Zeitungsberichten, Fotos. Und dann war so ein bisschen der Gedanke da, naja, 16 Jahre ÖFB, Bundesliga und so weiter. Und dann mit einem wirklich ganz, ganz tollen Co-Autor, mit dem Markus Geißler, haben wir uns dann hingesetzt. Und wir haben uns ohne Stress dann wirklich, wir haben es ein bisschen noch schleifen lassen, wenn wir jetzt in das Weihnachtsgeschäft wollten und Richtung WM, haben wir an die zwei Jahre daran gearbeitet. Und das mit Freude, diese Dinge aufzuarbeiten und wiederzugeben. Kathi, du hast den Chat genau im Auge gehabt. Jetzt nehme ich an, was gibt es denn Neues? Ihr seid ja wieder großartig mit von der Partie heute. Man liest ja sehr viele Komplimente, Marvel schreibt Top-Haltung zum Beispiel, Danilo schreibt, super gesagt, Georg. Und auch der Serien schreibt, endlich mal jemand, der die Wahrheit sagt. Ist das so eine Eigenschaft von dir, dass du dir kein Blatt für den Mund nimmst? Das habe ich mir angewöhnt, wobei ich gemerkt habe in den vier Stationen, wo ich war, dass du immer irgendwo einen Präsidenten oder einen Aufsichtsrat hast, wo du dann, wo ich dann eben ermahnt wurde, Georg, wie kannst du das Interview geben und so direkt und so geradeaus und so, was soll ich um den Brei herumreden? Das ist meine Art und wenn es dir nicht passt, dann muss man es sagen, dann gehe ich und suche mir was anderes. Also das war immer mein Anspruch. Und jetzt habe ich halt den Luxus, dass ich mein eigener Chef bin und nur mir selber und meinem Gewissen und eben unseren moralischen und ethischen Grundsätzen verantwortlich bin. Und deswegen kann mir niemand eigentlich verbieten, dass ich die Wahrheit sage. Georg, ganz zum Abschluss noch, wir haben schon viel geplaudert, dass du uns noch ein paar Sätze ganz kurz vervollständigst als Ausklang. Die WM in Katar. War eine Fehlentscheidung. Die FIFA. Ist reformbedürftig. Das Highlight meiner Karriere. Mein Berufsleben. Der Fußball. Wird weiter rollen. Was man nie vergessen darf. Wo man herkommt und wo man hingehört. Ja, Georg, wie gesagt, hat großen Spaß gemacht mit dir. Auch mir. Vielen Dank für die Einladung. Danke, dass du da warst. Danke für die spannenden Geschichten. Nächster Donnerstag, 19 Uhr, seid wieder mit dabei in der Admiral Sports Show. Das wird wie gewohnt wieder einfach laibernd. Bis zum nächsten Mal. Ciao. guerra. Wir sind jetzt.